Irgendwo ist einer gerannt. Oh, hat sich da was bewegt, ein Köpfchen. Einer ist erbarmungslos zusammengebrochen. Ja, du hast ihn. Hol ihn dir, hol ihn dir. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken hier. Der war ja im Kampf mit jemandem, der ihn jetzt hoffentlich looten will. Dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Naja, nicht ganz. Zwei Fliegen mit zwei Klappen. Hey, was war denn das jetzt? War er nicht tot? Ist er wieder auferstanden, oder was? Ah ne, da liegt er. Ich habe ihn bloß nicht mehr gesehen. Sehr ungünstig. Außer einer ist doch ein Skeff, oder? Kann passieren, irgendwie. Aber ist es noch nicht. Aber ich hatte die ganze Zeit auch meinen Sound leiser als sonst. Naja, dann bin ich jetzt hier. Bin ich jetzt der Mann in den Bergen, aber was willst du machen? Naja gut, aber es ist Regen, ich sehe wieder nichts. Ist eigentlich auch doof. Scheiße. Scheiße. Ich mache mich wieder hier in meine schöne Ecke. Warte mal, woher die? Auch das hier. Ich habe mich wieder. So, jetzt ist es ein paar Minuten. Ich mache mich wieder. Ich muss jetzt mal kurz sein. Ich mache mich wieder an. Oder ich mache mir. Ich mache mich wieder. Ein Gesichtfenster. Sprengt hier einer oder? Sprengt hier. 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 Ich hoffe, hier kommt keiner hoch auf diesen Berg. Das Gebüsch ist doof irgendwie. So halbnackig ist das. Also ich denke mal, der Berg ist glaube ich nicht so interessant für diesen Eibau, oder? Ich kann es... Hallo, jetzt geben sie es sich. Einer mischt sich noch ein. Ah, die Straße sehe ich nicht. Hier ist es schon mal in den Steps gehört. Mist, ich hätte einen Grashelm aufsetzen müssen. Doch, hier. Kommt schon wieder was. Ohne... Der ist einfach nur unten lang gerannt. Will ich hoffen. Nee. Da. Lauf! Ja, lauft! Ja, lauft! Oh! 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 Zwei Mann! Schon wieder zwei Mann. Einen hätte ich ja noch umgelegt, aber zwei. Da wäre ich wieder draufgegangen. Boah! Alter Schwede! Aber wie krass das ist irgendwie, ja? Man sitzt hier... Ich möchte selbst mal wissen, wie oft ich schon an anderen Spielern vorbeigerannt bin. Die genauso, wie ich gedacht habe, ne, ich schieße jetzt nicht. Ich habe eine Mission, lass die laufen. Möchte ich zu gerne mal wissen. Oh, ich sehe die Straße ein bisschen. Oh, nicht, dass du denkst, da läuft auch mal gerade ein Skeff. Es reicht, wenn sie mir die Straße präsentieren. Also, die hatten es eigentlich, die Jungs. Also, wenn ich da jetzt hinten Richtung Leuchtturm die ersten Claymores explodieren höre, bin ich natürlich auf der anderen Seite und schieße, hinterhält ich ja auf die beiden. Oder? Vielleicht doch nicht. Ich gucke mir das Spektakel jedenfalls an. Vielleicht wollen sie ja zum Mr. Lightkeeper sich die Letex-Quest abholen. Das wäre auch geil, wenn ich die hätte. Aber ich habe keinen Bock, da hinten lang zu stiefeln. Da gebe ich euch Briefe und Siegel, wenn ich es machen würde und die ersten Claymores dahinten explodieren, kommen ja alle Sniper vom Berg und gucken in die Richtung. Und dann ist es noch eine Frage der Zeit, bis du tot bist. Außerdem ist die Quest scheiße. Kannst du machen, wenn du sonst nichts zu tun hast. Und dann brauche ich es auch nicht mehr, weil das Letex brauche ich ja jetzt. Jetzt, sofort. Die Jungs machen das Spektakel da hinten. Was sagt die Uhr so? Was geht da ab? Der Einer sitzt doch gar nicht so weit weg von mir hier. Soll ich hingucken oder soll ich warten und meine Quest lieber im Auge behalten? Jucken tut es natürlich schon. Hier ist doch schon wieder einer. Ja. 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 Das hat mich jetzt gejuckt. Aber ich habe erst gedacht, er kommt von hier, von links. Und dann habe ich schlagartig Steps von dort gehört. Aber nicht, dass einer noch links sitzt. Mann, was mache ich bloß? Zählt nicht mal für die Straße, Mann. Das arme Schwein ist komplett umsonst gestorben. Aber der Schrei war wieder gut. Der war nicht schlecht. Oh, Essenszeit. Essen und trinken. Ne, hier bewegt sich noch was. Irgendwas ist hier noch aktiv. Ja. 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 Ich habe ihn nicht gesehen. Ich konnte es auch nicht lokalisieren, woher das kam. Leck mich doch im Arsch. Und wo kamen denn jetzt diese Scheiß-Steps, Alter? Das ist doch sinnlos. Ach, Mann, leckt mich doch. Das kann doch nicht wahr sein. Komm, ey. Also das Audio geht mir manchmal schon ein bisschen auf den Sack. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.